... vorstellen, im europäischen Union beizogelten, der Europäischen Union beizogelten und aufwesogen zu werden, bedeutet nichts anderes, wenn es jetzt so eine Art, wie wir diese Dinge noch nicht wieder machen können. Deutschland ist wichtig, aber das sind diese Erstaunlich-Konstruktion, die vorliegen, die machen was sie wollen. Und wir wollen nicht nur die Erstaunlich- und aufwesend, die wir in Deutschland als Anzeige nicht wechseln. Die Schweizer merken langsam, wenn sie in die Luft kommen, dann ist auch unsere Zukunft auf dem Spiel. Und was ich feststellen konnte, ist, je höher der Lebensstandard, je höher der persönliche Reichtum, dann gibt es einige sehr schöne Villen. Solange diese Villen nicht verdient wurden, ist das kein Problem. Aber mein Punkt ist, die Leute, die sich diese schönen Villen hier leisten können, sind eher bereit, diese Villenbergreisen zu tolerieren, den Insiderhandel zu tolerieren, oder eine Kugel zu tolerieren, weil die Lade für den Menschen in der Hand ist. Das ist ein bisschen länger. Das ist schon. Das ist nie. Das ist nie. Das ist eine gute Idee. Ach, das ist ein bisschen. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.